Hallo zusammen, ich bin es wieder Deutscherla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Horden-Only-Achievement und zwar ist das hier Raptier-Reiter und für dieses müssen wir in Zuldazar die Geschwindigkeit von Gong drei Minuten lang beibehalten. Wie kriegen wir das hin? Und zwar haben wir, wenn ihr eine kleine Quest-Reihe gespielt habt, verschiedene Statuen hier stehen. Und zwar Totem von Gong. Wenn bei euch hier andere Totems stehen, dann erkläre ich euch gleich, wie ihr die switchen könnt. Um überhaupt die Totems zu erhalten, müsst ihr eine kleine Quest-Reihe spielen. Und zwar ist es die in Zandala, wo ihr hier quasi in die Pyramide hoch müsst. Und ganz am Ende gibt es dann eine Quest, die heißt Pick a Side oder im Deutschen eine fällige Entscheidung. Und da könnt ihr dann zwischen Loan auswählen. Und ja, ihr müsst quasi für dieses Achievement diesen Gong hier quasi auswählen. Ihr könnt es aber nachträglich auch noch ändern. Und zwar gibt es hier oben eine Frau und zwar bei den Koordinaten 50-35. Und wenn ihr die anquatscht, könnt ihr quasi hier die Totems ändern. Ich kann es jetzt hier zum Beispiel zu Parku ändern. Dann verschwinden die Dings-Totems und ich habe jetzt hier hinten so ein Parku-Totem. Und ihr könnt es auch jederzeit wieder zurückwechseln. Gut, soviel dazu. Prinzipiell ist das Achievement so ausgelegt, dass ihr euch so ein Totem sucht. Dann kriegt ihr einen Geschwindigkeits-Buff und ihr sucht euch das nächste Totem und kriegt den nächsten Geschwindigkeits-Buff. Ihr könnt es aber auch in der einfachen Variante machen, dass ihr euch einfach hier ein Totem sucht und immer wieder dasselbe reinlauft. Wenn ihr jetzt nochmal reinlauft, seht ihr, mein Buff wird nicht verlängert. Ihr müsst warten, dass der unter 20 Sekunden ist und dann könnt ihr ihn quasi refreshen. Jetzt ist er 19, jetzt kriege ich wieder den Buff. Also das könnt ihr am einen Totem machen. Ihr könnt natürlich auch einmal durch das Gebiet laufen, da stehen so viele Totems rum. Das sollte kein Problem sein, auch im normalen Wege zu machen. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.